Hallo liebe Schachtis, schön, dass ihr wieder da seid und für alle, die heute neu dabei sind, sind ein paar neue hinzugekommen, herzlich willkommen, das ist der Podcast Quasselschacht, ich bin der Bergmann und ich möchte ganz kurz mal vorstellen, um was es hier geht, es gibt jeden Freitag ab Mitternacht eine neue Folge, ich rede hier ein bisschen über die verrückten Dinge, die in meinem Leben passiert sind, aber auch das, was in der vergangenen Woche von Freitag bis Freitag auf der Welt alles passiert ist, da gibt es ja auch genügend zu erzählen und ja, so gegen Ende der Sendung hin gibt es auch immer einen Netflix-Serientipp, das ist im Groben und Großen und Ganzen schon mal das, was in diesem Podcast passiert, ich habe in seltenen Ausnahmefällen statt dem Netflix-Tipp auch mal einen Amazon-Prime-Tipp, so nehme ich zum Beispiel heute, ja, muss man heute also mal auf die Amazon-Prime-Schiene gehen, da habe ich nämlich eine Serie, die ich euch gerne empfehlen möchte. Ansonsten, wenn ihr noch mehr über diesen Podcast wissen wollt, es gibt auch noch einen Twitter-Account, der heißt ebenfalls Quasselschacht, gerne dort mal auch folgen, wenn ihr auf Twitter seid, ansonsten für die Facebookler unter euch gibt es auch eine Facebook-Gruppe namens Quasselschacht, beides ist natürlich für die Zuhörer, für die Schachtis gedacht, dort also gerne auch beitreten, folgen, was auch immer und ja, wenn euch die Folge gefällt heute dann, das gilt übrigens aber auch für alle anderen Zuhörer, die schon regelmäßig und schon länger dabei sind, in eurem Podcast-Player gibt es irgendwo einen Button, da steht folgen oder abonnieren, würde mich freuen, wenn ihr da drauf klickt, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann bekommt ihr auch immer eine Info, wenn es eine neue Folge gibt, würde mich auf jeden Fall sehr freuen, würde auch dem Wachstum meines Kanals natürlich sehr gut tun und ja, ansonsten ist erste Anlaufstelle immer die Domain www.derbergmann.net, dort findet ihr alle Links, alles was ist zum Bergmann zu lesen, zu hören, zum Zuschauen, zum was weiß ich was gibt, einfach mal da reinklicken und für die Neuen unter euch, wenn ihr dort auf Podcast klickt, dann findet ihr da noch eine Auflistung aller Podcast-Player, auf denen diese Sendung hier abzurufen ist. So, alle Links, die ich hier in dieser Folge erwähne, finde ich übrigens natürlich auch in den Shownotes. So, jetzt wollen wir mal anfangen, wo wir jetzt gerade noch in eigener Sache rund um den Podcast sind, möchte ich mich an der Stelle ganz herzlich bedanken. Wir haben es letzte Woche wieder geschafft, Montag in die Charts einzusteigen, in die Apple Podcast Charts in der Kategorie Comedy in Deutschland auf Platz 164. Dienstag ein bisschen runtergerutscht auf 200 irgendwas, am Mittwoch wieder ein bisschen hochgestiegen. Also, das ist immer so ein Tagesform abhängig, beziehungsweise wird das täglich einfach aktualisiert. Es geht auch nicht nur um die letzte Sendung, die letzten Freitag erschienen ist, sondern eben um alle Folgen, die rund um diesen Podcast in der vergangenen Woche gehört wurden. Sind wir also aktuell Anfang der letzten Woche, zumindest Montag bis Mittwoch, schon mal drei Tage am Stück in den Charts gewesen. Und zum ersten Mal haben wir auch die Apple Podcast Charts in der Schweiz geknackt und sind unter die Top 250 gekommen. Genauer genommen auf Platz 232. An der Stelle also ganz liebe Grüße auch natürlich in die Schweiz und vielen, vielen Dank für eure Treue, für euer Zuhören. Das freut mich natürlich ganz, ganz, ganz besonders. So, und da wollen wir auch mal durchstarten und anfangen. Denn ich habe in der letzten Woche schon angekündigt, es gab vergangenen Freitag, Samstag, hatte ich Kinderwochenende. Meine Kinder hatten Papa-Wochenende. Ja, verrückt, was ein Zufall. Ist Freitag, Samstag jetzt nicht so viel passiert. Ich habe Samstag acht Stunden an meinem Schreibtisch gesessen und das neue YouTube-Video geschnitten. Das ist Wahnsinn. Acht Stunden, das ist wirklich verrückt. Hatte natürlich auch ein kleines bisschen damit zu tun, dass ich außer Übung war. Ich wusste die ganzen Tastenkürzel gar nicht mehr, die man da benutzen muss. Hat aber auch damit zu tun, dass mein Rechner ein bisschen abgeschmiert ist. Der schafft das von der Leistung her nicht mehr so. Ist also das Programm auch ab und an mal hängen geblieben. Aber nicht zuletzt hatte ich auch Probleme, weil ich dieses Mal das Video fast ausschließlich mit meinem iPhone gefilmt habe. Ich habe ja ein cooles neues Gimbal. Habe ich also ganz viele Aufnahmen mit dem iPhone gemacht. Und dann diese Videodaten vom Handy auf den Rechner zu bekommen, war gar nicht so einfach. Ist also sehr, sehr schwer. Kann ich nicht empfehlen. Aber da kann ich natürlich in 4K aufnehmen, was natürlich auch richtig geil ist. Hat sich leider aber dann in der Qualität beim Schneiden gezeigt, dass es doch nicht so cool ist. Also ganz viele verrauschte Bilder. Da war ich noch sehr unzufrieden. Also muss ich noch ein bisschen spielen, muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Auch der Ton muss wohl nicht ganz so gut gewesen sein. Auf dem Handy sieht es gut aus. Wenn man allerdings auf dem großen Bildschirm und vor allen Dingen auch auf dem Fernseher sich das anschaut, da wird einem schon auch auffallen, dass es ein bisschen verrauscht ist. Also da war ich mega unzufrieden. Jetzt habe ich also nach Monaten mal wieder ein YouTube-Video hochgeladen. Das mache ich in der Regel immer sonntags um 8 Uhr. Habe jetzt auch angekündigt, dass ich das jetzt künftig jeden Sonntag machen möchte. Um mir selbst natürlich auch Druck zu machen, dass ich da dran bleibe. Jetzt habe ich Montag, Dienstag und den heutigen Aufnahmetag Mittwoch noch nichts für YouTube. Und ich werde am Donnerstag, am morgigen Donnerstag, muss ich länger arbeiten, haben wir noch einen Workshop. Das wird länger dauern. Da werde ich auch relativ spät erst nach Hause kommen. Und ja, Freitag fahre ich nach der Arbeit schon zur Freundin. Also da werde ich keine Zeit haben, Video zu schneiden. Es gibt aber am Sonntag ein Video, das verspreche ich euch. Ich werde heute noch was aufnehmen, was produzieren, schneiden und so weiter. Gerne also mal reinschauen. Wer bis jetzt mein letztes Video vom vergangenen Sonntag verpasst hat, dem rate ich auch hier natürlich, Link in den Shownotes, einfach mal draufklicken und das Video anschauen. Dann würde mich sehr freuen. Natürlich freue ich mich auch dort über jede Menge neue Abonnenten. Wir wollen ja schließlich endlich mal die 1000-Abonnenten-Marke knacken. Wir haben nicht mal die Hälfte geschafft. Also es wäre doch schön, wenn auch mal die 60% meiner regelmäßigen Zuschauer einfach mal auf Abonnieren klicken könnten. Dann wäre mir doch schon sehr, sehr geholfen. So, das war also dann der Samstag. Acht Stunden habe ich damit investiert. Ansonsten ist nicht viel passiert. Am Sonntag war dann, wie ich es letzte Woche schon gesagt hatte, gleich drei große Events. Wir hatten einmal Reformationstag. Gut, das war jetzt für die Evangelischen unter den Christen. Ein Feiertag. Aber natürlich auf einen Sonntag bringt das natürlich gar nichts. Auf der anderen Seite ist es sowieso kein bundeseinheitlicher Feiertag. Also wenn, dann wäre es nur in manchen Regionen gewesen. Die Katholiken haben dann gleich am nächsten Tag, das richtig gemacht, am 1.11. auf den Montag verlängertes Wochenende. Aber auch da hat sich ja dann herausgestellt, dass das eigentlich nur in fünf Bundesländern gefeiert wird. Und dort dann also ein richtiger Feiertag ist, sodass da in fünf Bundesländern verlängertes Wochenende war. Ich hoffe, ihr zählt dazu und hattet da diesen freien Tag. Ansonsten war das jetzt nichts besonders Spannendes. Am Sonntag war aber zusätzlich auch noch Zeitumstellung. Hatten wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Ist jetzt in der heutigen digitalen Zeit auch nichts Wildes mehr. Wenn man nicht gerade einen Backofen oder einen Herd hat, der noch irgendwie mit fünf Tasten Bedienungen da irgendwie umgestellt werden muss. Oder eine Wanduhr oder eine Kuckucksuhr aus dem Schwarzwald an der Wand hängen hat. Dann ist das in der heutigen Zeit mit Smartphone, Smartwatch, Smart TV. Da stellt sich ja alles automatisch ein. Selbst in meinem Auto, was früher immer ein großes Problem war, bin ich mal ein halbes Jahr mit falscher Zeit gefahren. Weil keine Sau weiß, ehrlich gesagt, wie man in einem Auto die scheiß Uhrzeit umstellt. Das weiß kein Mensch. Und deswegen bin ich froh, dass ich auch da jetzt in der digitalen Welt angekommen bin. Auch da stellt sich das alles automatisch über das Internet ein. Von daher, Zeitumstellung war jetzt auch nicht so besonders. Auf Twitter lese ich an dem Tag schon gar nicht mehr die ganzen alten Gags, dass die Huren umgestellt wurden. Das ist ja auch alles alter Fisch. Kann ich nicht mehr sehen. Es ist nicht mehr lustig, da Witze drüber zu machen. Es sind mehr so Dad-Jokes sind das dann, wenn man da jetzt noch über die Zeitumstellung Witze macht. Naja, und ehrlich gesagt, ich bin am Sonntag irgendwann um 8 aufgewacht. War dann also vermutlich noch eigentlich 7. Ich weiß es nicht genau. Nee, Quatsch, umgedreht. Es wäre eigentlich schon 9. War dann aber erst 8. Ach, was weiß denn ich? Es war auf jeden Fall nicht dunkel. Ja, das kommt jetzt erst in den nächsten Tagen, dass es morgens eben länger dunkel ist und abends auch früher. Das bringt dann eben jetzt die Jahreszeit so mit sich. Wir sind halt auch jetzt schon in den November geschlittert und gehen steil eben auf diverse Termine zu. Und ja, und dann zu guter Letzt hatten wir am Sonntag auch noch Halloween. Also das auch noch on top. Jetzt bin ich ja Halloween-mäßig natürlich etwas außen vor. Meine Kinder sind jetzt in einem Alter mit 13 und 15, dass die sich da jetzt nicht mehr kostümieren und schminken und von Haus zu Haus gehen und nach Süßigkeiten fragen. Auf der anderen Seite bin ich als Anwohner einer Stadt jetzt auch nicht mehr so gefragt, weil das Haus, in dem meine Wohnung ist, ist von der Straße so weit zurückgesetzt und dann auch in einer ganz dunklen Ecke hinten, da gehen keine Kinder hin. Und selbst wenn, ist es ein Dreiparteienhaus, ich wohne ganz oben im zweiten Stock, da klingelt dann auch keiner. Da hat ja kein Kind Bock, da hoch in den zweiten Stock zu latschen, um sich da irgendwie zwei Bonbons abzuholen und so lange zu warten, bis da vielleicht ein alter Mann vom zweiten Stock runtergelatscht ist. Hat auch keiner Lust, also von daher, in den fünf Jahren, in denen ich jetzt in dieser Wohnung wohne, hat es noch nie geklingelt an Halloween. Im ersten Jahr habe ich mich natürlich gut eingedeckt, super Süßigkeiten zum Mitgeben, riesen Massen an Süßigkeiten extra gekauft, hat keine geklingelt, musste ich den ganzen Kram leider, leider alleine essen. Das war natürlich eine Katastrophe, ganz schlimmer Tag, ganz schlimme Erinnerung auch und seitdem bin ich wie immer eigentlich gut mit Süßigkeiten eingedeckt, aber eben mehr so Lebkuchen, Dominostein und sowas. Aber das ist dann halt auch für mich, da gebe ich nichts von ab. Also, ja, jetzt dachte ich, dass meine Kinder das nicht mehr machen, alt genug sind. Meine Tochter ist sowieso viel unterwegs, gerade auch an dem Sonntag war sie lange unterwegs. Und da ist einfach so bei uns der Brauch, dass wir sonntags abends um 19 Uhr dann wieder, dass ich die Kids dann wieder zurück zu ihrer Mutter bringe, ist das Wochenende dann eben vorbei. Ich habe um halb sieben meinem Sohn gesagt, er soll bitte anfangen, seine Sachen zu packen, hat er dann auch gemacht. Ich habe meine Tochter geschrieben, wo sie denn jetzt gerade sei, damit ich sie abholen kann. Ja, am EDK. Gut, anderes Ende der Stadt. Kein Problem, liegt auf dem Weg, kann ich sie also abholen. Mein Sohn war fertig, fünf vor sieben sind wir also mit Sack und Pack, mit drei Taschen da, die Treppen runtergestiefelt und Richtung Auto. Und dann kam eine WhatsApp, ja, ich wollte fragen, ob wir vielleicht ein bisschen später fahren können. Er hat gesagt, nee, sorry. Also ich musste sich meiner Tochter dann jetzt per Sprachnachricht sagen, nee, wir sind jetzt schon am Auto praktisch, es ist regnet, es ist kalt. Nee, geregnet hat es nicht, aber egal. Man übertreibt ja dann auch gern mal. Auf jeden Fall glaubst du ja jetzt nicht, dass wir da jetzt eine Stunde im Auto sitzen, warten, bis du mit irgendwas auch immer du machst fertig bist. Also sorry. Da hat sie erstmal nicht drauf geantwortet. Wir sind losgefahren, haben sie dann mitten in der Stadt aufgegabelt. Und es war natürlich ein bisschen blöd. Es war mir dann auch unangenehm, es hat mir auch leid getan. Sie war dann natürlich mit einer Gruppe von sieben, acht Mädels unterwegs. Also nicht kostümiert und geschminkt, aber trotzdem waren sie unterwegs, haben das für sich genutzt. Klar, sie hatte mir vorher gesagt, dass sie da was machen, partymäßig. Aber ja, auf der anderen Seite natürlich um fünf vor sieben zu fragen, ob wir später fahren können, ist halt auch zu spät. Muss halt jetzt auch die Lektion lernen, ein bisschen Timing, ein bisschen Zeitplanung und Dinge auch mal eben rechtzeitig abzustimmen. Das ist momentan so ein Thema. Das klappt noch nicht so ganz so gut. Und ja, sie wollte dann noch eine kleine Szene machen, aber das war natürlich dann auch eher peinlich. Da kam dann der strenge Papi und dann ist er dann doch ins Auto eingestiegen und hat natürlich dann auch die Unterlippe hängen lassen bis zu den Knien und war dann nicht mehr so gut anzusprechen. Und mir hat es leid getan. Ja, mir tut dann sowas immer leid, weil ich vielleicht zu streng war oder zu knallhart. Klar, aber ich meine, auf der anderen Seite, es war in den zwei Tagen zuvor nie die Rede davon, dass wir später fahren. Hätte sie einfach mal gesagt, können wir am Sonntag um acht fahren, weil ich noch was zu tun habe, wäre das ja kein Thema gewesen. Aber gut. Was soll man lang rumreden? Halloween-Abend war für mich normal, ein normaler Sonntagabend, aber der Halloween-Morgen, der war für mich sehr gruselig, denn mein Hund hat dafür gesorgt. Ich war sehr verschreckt, ängstlich, schockiert, denn was ist passiert? Ich habe meinen ersten Kaffee ausgesoffen und dann habe ich mich langsam fertig gemacht, angezogen, war ja dann auch schon ein bisschen spät. Und ich weiß ja, über Nacht hat sich natürlich die Hundeblase gefühlt, weiß man ja dann, man kennt ja seinen Hund, die muss dann morgens raus. Habe mich noch gewundert, dass sie dann nicht voller Vorfreude von der Couch gesprungen, über das Laminat durch die ganze Wohnung geschlittert und aus der Wohnungstür rausgerannt ist, wie sonst immer. Wo ich sie dann wieder zurückpfeifen muss, weil sie nicht mal die Leine anhat. War diesmal nicht der Fall. Ich habe mit der Leine geklimpert und war schon draußen, habe gerufen, keine Ahnung. Also sie hat auf nichts reagiert, kam dann irgendwann ganz, ganz langsam angekrochen, geduckte Haltung, Ohren angelegt, mit großen Augen schaute sie mich an, ganz schuldbewusst irgendwie. Und ich weiß ja, was ist denn los? Komm auf, wir gehen jetzt. Leine um den Hals, ich bin dann schon mal runter, einen Stock tiefer. Da stand sie dann aber noch oben. Die Leine war dann irgendwann fertig. Dann stand sie noch oben an der dritten Stufe. Nach mehreren Versuchen des Gut Zuredens ist sie dann trotzdem nicht gekommen. Und dann, ja gut, habe ich halt aufgegeben. Bin wieder hoch, habe mir dann schon ein bisschen Gedanken gemacht, was das jetzt genau soll. Aber wenn sie jetzt so bockig ist, das ist wirklich sehr außergewöhnlich für sie. Habe dann aber wieder oben angekommen, gemerkt, dass sie Probleme hat mit den Hinterbeinen, diese drei Stufen wieder hochzukommen. Und da wurde es dann für mich ein bisschen kritisch. Und in die Wohnung wieder rein. Sie ist dann zur Couch. Also sie liegt halt immer den ganzen Tag auf der Couch bei mir auch. Darf sie auch. Und dann beobachte ich sie, wie sie eben mit den Vorderpfoten auf der Couch ist und nicht genau weiß, wie sie mit den Hinterbeinen da jetzt hochkommen soll. Wie sie sich abstoßen soll, wie sie abspringen soll. Hat das dann trotzdem versucht und ist dann aber auch ein bisschen gescheitert. Ist fast noch ein bisschen runtergefallen wieder. Und da habe ich mir dann ernsthaft Sorgen gemacht. Also ich hatte dann so ein Bild im Kopf wie von diesen Schäferhunden, die dann immer so Probleme haben mit den Hüften. Und dann irgendwann nicht mehr richtig laufen können, was ja auch schmerzhaft ist. Ich habe dann schon gedacht, vielleicht irgendeine Arthrose oder irgendwas. Hoffentlich passiert das jetzt nicht. Sie ist jetzt gerade mal sieben Jahre alt. Finde ich noch recht jung, also Mitte ihres Lebenszeit. Das kann jetzt nicht sein, dass sie da jetzt irgendwie eine schlimmere Krankheit vielleicht hat. Ich habe sie dann schon gesehen, wie diese Hunde, die hinten lahm sind oder taub sind, irgendwie querschnittsgelähmt oder keine Ahnung. Sowas gibt es ja, dass die hinten nicht mehr die Hinterbeine nicht mehr benutzen können, wo man denen dann so ein Rollbrett mit zwei Reifen unter den Arsch knallt. Und die dann einfach mit den Vorderpfoten laufen und den Rest des Körpers, den Arsch hinter sich Herz hinaufrollen. Solche schrecklichen Bilder hatte ich dann schon im Kopf. Und klar, ich bin dann hin, habe sie untersucht, mal das Bein in die Hand genommen. Da hat sie ganz stark gezittert und wirklich sehr ängstlich geschaut. Und klar, das hat natürlich auch mit den Urinstinkten zu tun. Hunde stammen vom Wolf ab. Und beim Wolf ist es eben schon immer so, die arbeiten und leben in einem Rudel, in einer Familie, ziehen natürlich immer weiter. Die haben keinen festen Platz, wo sie sich ansiedeln, sondern die ziehen einfach immer da entlang, wo es eben Nahrung gibt. Und wenn sich dann einer der Wölfe im Rudel zum Beispiel ein Bein gebrochen hat, dann ist er nicht mehr brauchbar für die Gruppe. Dann wird er zurückgelassen und ausgestoßen aus der Familie. Denn klar, der ist dann hinderlich. Wir können dann nicht weiterziehen zur nächsten Fresslocation. Der kann nicht mehr helfen bei der Jagd und wir müssen ihn dann auch noch befüttern. Also dann wird er ausgestoßen, zurückgelassen zum Sterben praktisch. Auch bei den Alten ist das so, bei den alten Tieren im Rudel. Und es ist bei Wölfen eben auch schon beobachtet worden, dass teilweise dann solche angeschlagenen, verletzten, lahmen Tiere dann sogar getötet werden. Und das steckt natürlich auch in den heutigen Hunden noch drin. Die verstecken dann ihre Schmerzen, wollen das natürlich nicht zeigen, vor dieser Urangst aus der Familie verstoßen zu werden. Was natürlich beim heutigen Haushund schwierig ist. Denn wenn es eben Krankheiten gibt und die verstecken das über Wochen und Monate, dann breitet sich so eine Krankheit eben auch mal im Hundekörper immer weiter aus. Und bis man es dann mal offensichtlich auch merkt, dass da was nicht stimmt und zum Tierarzt geht, kann es unter Umständen eben schon zu spät sein. Also da muss man immer sehr aufpassen und seinen Hund immer wirklich ganz genau so zu beobachten, ob alles okay ist oder ob er irgendwie ein merkwürdiges Verhalten an den Tag legt. Und in dem Fall, wie gesagt, hatte sie dann auch große Angstzeichen gezeigt. Und ich habe sie dann zugedeckt, habe sie in Ruhe gelassen. Sie lag ein bisschen in der Sonne, es hat ein bisschen die Sonne geschehen am Sonntag. Das genießt sie sowieso immer sehr, habe sie schön zugedeckt, wie gesagt, und gestreichelt. Und ihr wirklich da, sie versucht zu beruhigen. Das Zittern hat auch schnell wieder aufgehört und ja, habe dann natürlich schon gegoogelt, wo kann man jetzt an einem Sonntag zu einem Notdienst und habe ihr mal eins, zwei Stunden Zeit gelassen. Jetzt wusste ich aber, ihre Blase wird jetzt auch gleich platzen. Also ich muss es jetzt versuchen nochmal, ob es jetzt besser ist oder ich muss sie halt eben raustragen, dass sie ihr Geschäft verrichten kann. Und ja, dann ist sie dann aber auch schon relativ munter von der Couch gesprungen, langsam durch die Wohnung gelaufen. Aber dann hat man schon gemerkt, jetzt geht's. Leine an, Treppe steigen, ist langsam passiert, aber ging. Und während des Spaziergangs wurde es dann auch merklich immer besser. Also scheinbar vertreten, irgendwie was, keine Ahnung, verrenkt oder taub. Kann ja auch sein, Bein eingeschlafen. Ist für so einen Hund natürlich auch jetzt kein Alltag. Die wissen da nicht, was es ist. Keiner erklärt es ihnen. Ich weiß es nicht, was es war. Ich muss es natürlich weiter beobachten. Aber jetzt im Verlauf dieser Woche springt sie und rennt sie wieder draußen rum, wenn ein anderer Hund kommt. Also ist alles wieder normal. Jetzt müssen wir halt einfach mal ein bisschen einen Blick drauf werfen, dass es nicht wiederkommt. Dass das vielleicht so Schübe sind oder so Anfälle. Müssen wir mal schauen. Das war also dann mal Halloween. Und ja, starten wir mal in die neue Woche. Ich habe, fangen wir gleich mal an. Ich habe eine Umfrage gestartet. Denn wir laufen ja jetzt, gehen jetzt steil auf den 11.11. zu. Wir haben heute den 5.11. Das heißt, bevor ihr meine nächste Sendung hören könnt, nämlich am nächsten Donnersag ist der 11.11. Und meine neue Sendung kommt ja dann erst am 12. raus. Deswegen in Vorbereitung darauf habe ich schon mal vorab auf Twitter und auf Facebook eine Umfrage gestartet. Was seid ihr für Typ Mensch? Gibt es ja genau drei Kategorien für den 11.11. Die einen zelebrieren Karneval. 11 ist die karnevalistische Zahl. Deswegen ist der 11.11. um 11.11. natürlich die Karnevalszeit des Jahres. Da wird die fünfte Jahreszeit eröffnet. Wie ihr bei uns sagen, da wird die Fastnacht ausgegraben. Also das wird dann auch zelebriert und groß gefeiert. Es gibt Veranstaltungen teilweise. In meinem Verein, ich war ja 20 Jahre Vereinsmitglied im Karnevalsverein, auch in zwei verschiedenen Gruppen aktiv gewesen. Und später auch im Vorstand zehn Jahre lang und so weiter. Also sehr, sehr aktiv. Und wir haben das dann irgendwann mal so eingeführt, dass wir gesagt haben, also am Samstag vor dem 11.11. machen wir eine Veranstaltung. Die ist auch ein bisschen anders als die normalen Fastnachtssitzungen. Und das wird natürlich am 11.11. ganz groß zelebriert. So, dann bist du aber irgendwann in einem Alter, wo du Kinder hast. Kindergartenkinder, Grundschulkinder. Die fangen dann eben an, Laternen zu basteln und wollen dann eben zum St. Martin. Das ist nämlich auch am 11.11. Und ja, jetzt ist natürlich dann die Frage, da muss man dann schauen, wie man das löst. Ja, dass man jetzt am 11.11. dann vielleicht um 11.11, sofern man nicht arbeiten muss, was Karnevalistisches macht. Und abends geht man dann mit den Kindern auf Laternenumzug. Und dann gibt es noch die dritte Kategorie, Mensch, denen ist alles scheißegal, für die ist es ein ganz normaler Tag. Ja, ich glaube, das hat natürlich auch mal ein bisschen damit zu tun, ob man ein Kind ist, ob man Jugendlicher ist, ob man erwachsen ist, ob man Eltern ist, sind, wie auch immer das heißt, in welcher Lebensphase man sich befindet. Deswegen für mich 11.11. Fastnacht ganz groß. Jetzt bin ich seit ein paar Jahren nicht mehr aktiv im Verein. Dann war als Vater natürlich St. Martin das Thema. Und jetzt bin ich in der Phase, mache ich jetzt kein Fastnacht mehr, habe aber auch keine Kinder mehr im St. Martin-Laternenumzugsalter. Von daher ist es für mich jetzt auch ein normaler Tag. Und ich möchte euch aber natürlich die Ergebnisse dieser Umfragen nicht vorenthalten. Es gibt einen Trend zu erkennen, aber auf Facebook war es so, da haben 64% gesagt, für mich ist es ein normaler Tag. Klare Mehrheit also. 18% haben gesagt Karneval und 18% haben gesagt St. Martin. Jetzt muss ich aber auch dazu sagen, die 18%, die für Karneval gestimmt haben, da sind natürlich auch ein paar Karnevalisten dabei aus meinem Verein, die mir da auf Facebook folgen und auch der Quasselschacht-Facebook-Gruppe beigetreten sind. Das ist also zur kurzen Erklärung, warum der Anteil hier doch relativ hoch ist. Auf Twitter sieht das Ergebnis ganz anders aus. Da haben 79,8% gesagt, für mich ist es ein normaler Tag. 15,5% haben gesagt St. Martin. Das wird dann also die Fraktion sein, die eben jetzt, wie gesagt, Kindergarten- oder Grundschulkinder haben. Oder Erzieher sind, kann ja auch sein. Oder Grundschullehrer. Wollt ja niemanden ausnehmen. Und nur 4,8% haben gesagt Karneval. Zeigt also ganz klar, meine Twitter-Follower sind jetzt gar keine Karnevalisten. Und wie gesagt, auf Facebook ein bisschen verschoben, weil da einfach ein paar Karnevalisten dabei sind, die da natürlich draufgeklickt haben. Aber als Endergebnis muss ich sagen, was ich glaube, dass Karneval am 11.11. eben für aktive Karnevalisten, die das in einem Verein betreiben, ein sehr, sehr wichtiger Tag ist, ein sehr wichtiges Datum und auch da gefeiert wird und der ganze Tag sich darum dreht. Für alle anderen ist es aber eher ein normaler Tag. Also selbst wenn Menschen gerne Fastnacht und Karneval feiern oder auch immer gerne hingehen zu diesen ganzen Rosenmontagsumzügen und Karnevalssitzungen und so weiter. Aber der 11.11. ist halt doch noch mal 2, 3 Monate vor dem eigentlichen Start, vor dem Fastnachtsdienstag. Und da haben viele eben Fastnacht noch gar nicht im Kopf. Von daher ist das auch, das merkt man ja auch zum Beispiel bei den Kartenverkäufen unserer Veranstaltung, da ist dieser 11.11. oder der Samstag davor immer schon deutlich weniger Kartenverkäufe gegangen als früher. Ich habe aber auch darum gebeten, dass ihr Kommentare abgebt, also gerne auch in Schriftform euch mal dazu äußert. Gab es auch ein paar, die ich euch mal vorlesen möchte. Alexander Genders hat auf Facebook geschrieben, da die Tage 5.11., 6.11., 7.11. und 13.11. für Karneval geblockt sind, geht es am 11.11. zum Martins singen mit der Tochter. So, muss ich aber jetzt auch dazu sagen, ich kenne den Alex persönlich. Er ist nämlich auch Karnevalist, ja, also Vollblut-Karnevalist. Und warum er jetzt am 5., 6., 7. und 13. da aktiv unterwegs ist, hat natürlich damit zu tun, dass er seit diesem Jahr eben auch im Vorstand ist, wie ich das früher auch mal war. Da hast du natürlich wahnsinnig viele Termine. Und dann ist es natürlich verständlich, wenn am 11.11. eigentlich direkt so vom Verein her nichts ist, weil es eben auch mitten unter der Woche ist. Da kann man natürlich als Papa einer Tochter gerne auch zum Martins singen gehen. Gabi Bröker hat geschrieben, für mich ein normaler Tag. Die Zeiten des Feierns sind vorbei. Ich ertrage das Gedränge nicht mehr. Ist, glaube ich, dieses Alt. Ja, also, liebe Gabi an der Stelle, vielen Dank für deinen Kommentar. Nein, es ist nicht dieses Alt, sondern ich kann das sehr gut nachvollziehen. Die Zeiten des Feierns, das ändert sich halt einfach auch irgendwann mal. Irgendwann liegt nicht mehr der Schwerpunkt am Feiern und Besaufen und keine Ahnung was, sondern will man auch mal so ein bisschen seine Ruhe haben. Ja, also, man verändert sich ja auch im Laufe eines Lebens. Und das Gedränge nicht zu ertragen ist ja auch ein ganz präsentes Thema. Jetzt gerade natürlich zu Corona-Zeiten hat man da auch sowieso keinen Bock drauf. Und generell habe ich das in letzter Zeit oder in den letzten Jahren häufiger gehört, dass Menschen mir in verschiedensten Zusammenhängen sagen, ich habe da keinen Bock drauf, da sind viel zu viele Menschen unterwegs. Und das ist mir viel zu viel Gedränge. Also, das kann ich schon sehr gut nachvollziehen. Da bist du auch nicht alleine. Und vor allen Dingen bist du auch gar nicht alt. Auf Twitter hat die Entenmutter geantwortet, ein beinahe normaler Tag. Die Kids sind aus dem St. Martins-Zugalter raus. Okay, die Fenster werden für die anderen mit den Laternen geschmückt. Karneval fällt wegen Covid für mich noch aus. Der große Bruder hat Geburtstag, also doch ein bisschen feiern. Also, auch da sieht man es. Es kommt immer auf die Lebenslage drauf an, wo man sich gerade so befindet. Und die Hilke hat geschrieben, seit ich mal eine Ausstellung zum Ersten Weltkrieg gemacht habe, ist es für mich eher Armistice Day, Remembrance Day. Ich finde es höchst befremdlich, dass überall auf der Welt dem gedacht wird und hier die Jecken hopsen. So, und das hat mich natürlich ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Und ich habe dann auch mal gegoogelt. Und es ist tatsächlich so. Allerdings muss ich es ein bisschen abschwächen. Alles, was ich jetzt in meiner Recherche herausgefunden habe, ist es wohl ein englischer Feiertag. In Gedenken an die Soldaten, die im Ersten Weltkrieg gestorben sind. Und da ist natürlich Deutschland auch wieder einer der Schuldigen des Krieges. Ja, wie im zweiten Jahr auch. Also, wie immer eigentlich, wenn Krieg ist, sind die Deutschen immer schuld. Und demzufolge natürlich auch zu großen Teilen an dem Sterben der damaligen Soldaten schuld. Dass es jetzt diesen Remembrance Day gibt und überall auf der Welt gefeiert wird, das kann ich jetzt nicht so ganz unterstreichen. Weil ich, wie gesagt, sonst auch nichts dazu gefunden habe. Es ist also wohl ein englischer Feiertag. Großbritannien zelebriert diesen Tag, gedenkt hier seinen gefallenen Soldaten. Das ist vollkommen verständlich. Sicherlich aus der Perspektive gesehen dann auch ein bisschen befremdlich, dass wir eben dann hier die Jecken hopsen lassen, wie die Hilke das schreibt. Aber ich persönlich muss sagen, mit meinen 42 Jahren, ich habe noch nie von diesem Rembrandt's Day gehört. Und wir haben in Deutschland ja auch Feiertage, denen wir Kriegsopfern und so weiter und unserer düsteren Vergangenheit auch gedenken. Und an diesen Tagen feiern wir ja auch nicht und hopsen nicht da rum. Also ich glaube, das muss man so ein bisschen differenziert sehen, weil es, wie gesagt, kein weltweiter Feiertag ist, sondern eben englischer. Und wir haben den eben nicht. Ist mir auch noch nie untergekommen. Ich habe noch nie was davon gehört. Ja, schließen wir an dieser Stelle das Thema mit dieser Umfrage. Ich wünsche euch auf jeden Fall, ganz egal, was ihr am 11.11. macht, einen fantastischen Tag, einen fantastischen Donnerstag und ganz viel Spaß. Dann gab es eine Beschwerde. Ich muss mich an dieser Stelle ganz, ganz groß entschuldigen. Ich habe nämlich in meiner letzten Sendung einen Fehler gemacht. Ich habe was ganz Falsches gesagt. Und zwar ging es in der letzten Folge ja unter anderem um meine Besuchsaktivitäten im Gasometer Oberhausen. Da war ich mit meiner Freundin. Und ich habe in der letzten Folge gesagt, dass es fantastisch ist. Ich habe sehr davon geschwärmt. Ich habe so davon geschwärmt, dass ich sogar im Nachgang noch einen eigenen Blogbeitrag geschrieben habe. Ich habe ja auch einen Blog, den Schreibeschacht. Den Link findet er auch in den Show Notes. Weil mich das einfach bewegt hat, was man da alles sehen konnte. Die Zerstörung der Erde durch Menschenhand, sage ich jetzt mal. Und ich habe im Zuge dessen gesagt, dass die Tageskarte 36 Euro kostet. Ist vollkommener Mumpitz. Also ganz schnell wieder aus dem Gedächtnis streichen. Jetzt gibt es ja auch ganz viele Schweizer, die uns zuhören. Oder Menschen aus Bayern oder aus Hamburg. Ich weiß, dass da nicht jeder jetzt mal einfach so nach Oberhausen fahren kann, wegen dieser Ausstellung. Aber wer in der Nähe wohnt oder wer mal auf Durchreise ist, wer die Möglichkeit dazu hat, fahrt hin, schaut es euch an. Und für all diejenigen ist es vielleicht ein zusätzlicher Anreiz, wenn ihr jetzt erfahrt. Es kostet gar nicht 36 Euro, sondern es kostet nur 11 Euro. Und das ist natürlich noch mehr Grund, nach Oberhausen zu fahren. Den Link zum Gasometer Oberhausen schreibe ich auch in die Show Notes heute. Also ganz viele Links rein. Ist keine Werbung jetzt oder sonst irgendwas, sondern einfach nur ein Hinweis, ein Tipp, eine Empfehlung meinerseits. Und wie kam es jetzt zu dieser Verwechslung? Ganz einfach. Ich hatte im Zuge dessen in der letzten Sendung auch erzählt, dass meine Freundin eine Karte geholt hat. Das ist nämlich die Ruhrtop-Karte. Kann man, glaube ich, an der Stelle auch sagen. Die kostet 36 Euro. Und daraufhin bekommst du im gesamten Ruhrgebiet auf sämtliche Veranstaltungen ermäßigten Einlass oder sogar kostenlosen Einlass. Und das hatten wir nämlich im Gasometer. Wir haben dafür keinen Eintritt gezahlt, weil wir eben Besitzer dieser Ruhrtop-Karte sind. Und diese Ruhrtop-Karte kostet 36 Euro. Das habe ich einfach verwechselt. Also wer Bock hat aufs Gasometer und die Ausstellung Das zerbrechliche Paradies kostet nur 11 Euro die Tageskarte. Also hin, rein und beeindrucken lassen, sage ich jetzt mal. Und dann gab es noch eine, ich will nicht sagen Beschwerde, sondern mehr ein Hinweis. Ich glaube, das war auch nett gemeint. Mir wurde zugetragen, dass ein Hörer mir also rät, ich soll nicht so viel Werbung machen, sonst verliere ich Zuhörer. Und das hat mich dann tatsächlich ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Ich habe jetzt ein paar Tage darüber nachgedacht, vom Wochenende bis jetzt, zum heutigen Mittwoch. Nicht, dass ich das jetzt hier aufnehme. Und ich möchte es an dieser Stelle tatsächlich ein kleines bisschen erklären. Ich möchte mich bedanken, dass ihr das ertragt, wenn ich hier Werbung mache. Ich habe ja auch immer so einen extra Werbe-Jingle und danach kommt 1, 2 Minuten Werbung und dann kommt der Jingle, dass die Werbung wieder beendet ist. Ich kann das verstehen. Kein Mensch hat Bock auf Werbung. Aber es ist halt natürlich auch allgegenwärtig. Also egal, was ich mache. Überall werde ich mit Werbung natürlich zugepflastert. Ob es YouTube-Videos sind, die ich mir anschauen will, auf Twitter ein bisschen rumscrolle. Facebook ganz besonders natürlich. Egal, wo ich hingehe, wo ich hinschaue. Überall ist Werbung. Im Fernsehen natürlich sowieso. Im Radio überall. Jetzt möchte ich keine großen Diskussionen losbrechen. Das machen alle. In allen Podcasts, die ich höre, wird teilweise bis zu 10 Minuten selbst eingesprochene Werbung gemacht. Das ist zum Beispiel bei Einfach mal Luppen der Fall. Dem Podcast von Toni Groß, dem Fußball-Weltmeister. Und seinem Bruder Felix Groß. Die machen, wie gesagt, bis zu 10 Minuten labern die da über irgendwelche Produkte, die sie selbst einsprechen. Also diese Werbung. Und bei Baywatch Berlin ist es genauso. Auch das ist eins meiner Lieblings-Podcasts. Unter anderem mit Glashäufer-Umlauf. Wo dann auch selbst eingesprochene Werbung gemacht wird, die dann ebenfalls 5 bis 8 Minuten dauern. Bei mir ist es bislang immer so, dass ich maximal in 2 Minuten fertig war. Von den 45 bis 60 Minuten Quasselschacht sind es also gerade mal 2 Minuten. Und ich möchte einfach mal zu Bedenken geben, dass ich das natürlich auch nicht aus Spaß mache. Oder versuche hier an das große Geld ranzukommen. Sondern es ist ein Aufwand. Es ist ein großer Aufwand. Es ist ein zeitlicher Aufwand. Es ist auch ein finanzieller Aufwand. Ich habe mir zum Beispiel ein großes Studiomikrofon gekauft. Ein gutes Studiomikrofon für einen guten Klang. Ich habe Kabel gekauft fürs Mikro. Ich habe eine Mikrofonhalterung gekauft, die ich an meinen Schreibtisch machen kann. Wie so ein Gelenkarm, den man dann so hin und her bewegen kann. Wie in so einem richtigen Radiostudio. Ich habe mir auch schon mal eine Software gekauft. Also es ist auch mit Finanzen natürlich verbunden. Es ist mein Hobby. Ich mache das sehr, sehr gerne. Aber ich habe ganz bewusst jetzt auch mal in Vorbereitung auf diese Sendung drauf geachtet. Oder auch bei der letzten schon. Die Produktion einer Folge Quasselschacht. Quasselschacht. Bedarf ungefähr sieben Stunden Arbeit. Dafür, dass es manchmal nach 25 Minuten, 30 Minuten fertig ist. Und davon ist dann gerade mal eine bis zwei Minuten Werbung. Sieben Stunden Arbeit kostet mich das. Das ist die kleinere Vorbereitung, die ich tagtäglich eigentlich mir Notizen mache in mein Skript. Dienstags schreibe ich das Skript so ein bisschen ins Reine und recherchiere vielleicht schon mal hier und da was. Mittwochs habe ich ganz viel zu tun. Da muss ich die Recherche dann nochmal zu Ende bringen. und sitze da wirklich anderthalb Stunden ungefähr, bevor ich überhaupt anfangen kann mit der Aufnahme. Die Aufnahme selbst bedarf natürlich Zeit, klar. Und dann kommt erst mal die ganze richtige Arbeit, nämlich die Post-Production. Danach muss ich die Folge schneiden. Einmal normal schneiden, einmal werbefrei schneiden für meine Patrons. Ich muss es einmal noch als Video schneiden in meinem Videoschneide-Programm für YouTube. Dann muss ich es auf vier Plattformen hochladen, dort überall die Zeit eingeben, wann es veröffentlicht werden soll. Ich muss noch die Shownotes schreiben. Ich muss noch viel ausführlicheren Blog-Post schreiben. Auch den Link findet ihr unten in den Shownotes. Da könnt ihr nochmal ganz ausführlich lesen, um was es in der Folge ging. Und muss dann auch freitags nochmal ran. Muss dann da nochmal einen Tweet schreiben und einen Facebook-Post und einen Instagram-Post. Und muss auf Soundcloud die unsichtbare Folge sichtbar machen, dass also jeder darauf zugreifen kann. Also es steckt schon sehr viel Arbeit dahinter. Wie gesagt, ich mache das sehr gern. Das ist mein Hobby. Es geht mir nicht darum, dass ihr Geld dafür zahlen sollt oder dass ich damit Geld verdienen will, reich werden will und nach Teneriffa fliegen will alle drei Monate. Sondern ich bin eben auch, und das ist der zweite Teil der Geschichte, ich bin eben auch in einer schwierigen, sehr schwierigen finanziellen Situation. Ich habe mit Sicherheit einen ganz guten Verdienst. Möchte ich gar nicht abschreiben. Gut, Steuerklasse 1 bleiben dir halt nur 60% von dem guten Verdienst. Und ich muss aber knapp 1.000 Euro Unterhalt zahlen. Sagen wir mal, wie es ist. Und das tut mir natürlich sehr weh. Das ist ein großer, massiver Einschnitt. Dadurch musste ich eben auch schon mal einen Kredit aufnehmen, weil ich meinen Alltag nicht mehr finanzieren konnte. Und meine Einkäufe, Lebensmittel-Einkäufe und so normale Dinge, den muss ich halt jetzt auch noch zusätzlich abzahlen. Klar, das frisst halt einen auch innerlich irgendwo auf. Und deswegen ist es für mich so ein kleines Licht am Ende des Tunnels, dass ich sage, ich versuche hier ein Patron-Konto zu machen. Vielleicht gibt es jemanden, der Bock hat, mich zu unterstützen. Ich mache ein bisschen Werbung. Da kann man eben nämlich dann eine kleine Provision bekommen. Und um das nochmal hier zusammenzufassen, ich mache seit einem Jahr, bin ich jetzt Amazon-Partner und mache dieses Amazon-Partner-Programm mit, wo ich einfach Produkte bewerbe und sage, ey, mega geiles Produkt, schaut es euch mal an. Wenn ihr es kauft, zahlt ihr den regulären Preis, aber ich kriege eine kleine Provision. Ich habe jetzt in diesem einen Jahr 22 Euro eingenommen über Provisionen. Und mit meinem T-Shirt-Shop, den ich hier neulich auch schon vorgestellt habe, habe ich 12 Euro eingenommen. Also ich bin jetzt bei 34 Euro, die ich jetzt dieses Jahr verdient habe und sitze jede Woche hier und arbeite sieben Stunden an so einer Folge. Ich möchte das einfach nur, ich möchte jetzt nicht jammern, ich möchte mich auch nicht beklagen, ich möchte es einfach nur mal kurz in Relation setzen und vielleicht auch zur Erklärung, dass dem einen oder anderen vielleicht auch bewusst wird, warum ich immer so viel Werbung mache, weil es für mich eben die Chance ist, hier ein kleines bisschen, wenn jemand ein Pullover kauft, wie einer meiner Zuhörer jetzt hier, der hat mein letztes YouTube-Video gesehen, da habe ich auf meinen Pullover hingewiesen, den hat er gekauft für knapp 29 Euro, habe ich jetzt eben eine Provision bekommen von 2,90 Euro. Das war schon viel. Also normalerweise kriegst du weniger. Bei Klamotten gibt es halt ein bisschen mehr prozentual. Und wie gesagt, ich kriege das Geld noch nicht mal von Amazon, weil du musst mindestens 25 Euro haben. Bin jetzt erst bei 22. Und das ist ja auch immer erst drei Monate Zeit versetzt. Also ich muss noch drei Monate warten, da kann ich mir mal die kompletten 25 Euro auszahlen lassen. Das also an dieser Stelle kurz zur Erklärung, warum ich das mache, in der Hoffnung, dass ihr Verständnis dafür habt. Und was ein ganz großer Vorteil ist an dieser Stelle, das habt ihr nämlich beim Radio zum Beispiel nicht, aber bei Podcast könnt ihr einfach auf Weiter Spulen klicken. Also bei mir ist es so, ich höre immer über Spotify, aber es ist bei den meisten anderen auch so, da sind immer so zwei Anzeigen, minus 15 Sekunden oder plus 15 Sekunden. Und wenn ihr dabei plus 15 Sekunden drei, vier Mal drauf drückt, ist die Werbung auch schon wieder vorbei. Ihr müsst das ja nicht machen, ihr müsst das ja alles nicht kaufen, aber ich bitte euch darum, um euer Verständnis da mal eins, zwei Minuten zuzuhören. Wer da auch keinen Bock drauf hat, kann weiterspulen. Die Option habt ihr. Oder natürlich, ihr macht eine Mitgliedschaft bei Patreon, dann gibt es werbefreie Folgen. Also das an dieser Stelle. Ich hoffe, dass ihr da Verständnis für habt und jetzt vielleicht auch ein bisschen sehen könnt, um was es mir dabei geht und was mein Hintergedanke dabei ist. So, jetzt aber wieder zurück zum Tagesgeschäft. Uns steht was ganz Großes bevor. Boah, Kindheitserinnerungen werden wach. Ich sehe mich wieder als kleinen Jungen, der am Samstag von seiner Mama in die Badewanne gesteckt wird, in die dreckige Badewanne, weil meine Schwester zuvor drin war. Im schlimmsten Fall müssen wir beide rein und ich muss auf dem Stöpsel sitzen. Kennt ihr sicherlich, die jüngeren Geschwister sind Stöpselkinder. Aber ich habe immer so lange ausgeharrt, bis meine große Schwester, vier Jahre älter ist die, war demzufolge auch viel größer, hat sie den meisten Platz im Becken eingenommen, im Becken, in der Badewanne und habe dann so lange ausgeharrt, bis meine ganze Haut schrumpelig war, bis meine Schwester rausgegangen ist und dann war ich der große Kapitän und konnte noch ein bisschen Zeit genießen. Aber manchmal, und das ist ja dann auch so eine Verzögerungstaktik, man will ja als Kind nie ins Bett und das natürlich auch samstags nicht, wenn man in der Badewanne liegt. Heute als Erwachsener sage ich, fantastisch, in die Badewanne, danach sofort ins Bett, mega geil. Als Kind findet man es scheiße, da werden wir noch so lange wie möglich wach bleiben. Und ab und an gab es diese Chance als Kind. Und dann hat deine Mama gesagt, heute läuft Wetten, dass und jetzt darfst du auch noch mitschauen. Und dann steigst du aus der Wanne um 20 Uhr, kriegst die Haare geföhnt, schön dick eingekuschelt in einen schönen Bademantel und einen dicken, großen, langen Schlafanzug. Und dann geht es auf die Couch und da wird Wetten, dass geschaut. Das war immer mega. Und ich weiß, meine Zielgruppe, das kann ich sehen in den Statistiken, ist ungefähr in meiner Altersklasse. Wobei auch viele Jüngere jetzt dabei sind. Die werden es leider nicht mehr kennen. Aber ihr wisst genau, wie dieses Gefühl ist. Hoffe ich. Alle haben dieses Erlebnis. Badewanne, Samstag und anschließend Thomas Gottschalk zuschauen, wie er Wetten, dass moderiert. Und es ist soweit. In diesem Jahr feiert Wetten, dass 40 Jahre Jubiläum. Gibt es ja schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Wurde abgesetzt. Die Sendung wurde erfunden. Von Frank Elzner. Der hat es auch jahrelang moderiert. Auch die Zeit kenne ich noch. Kann ich mich noch daran erinnern. Anschließend hat es Thomas Gottschalk übernommen und hat es nochmal den Erfolg dieser Sendung nochmal auf eine ganz andere Stufe gestellt. Viele internationale Stars, die dort aufgetreten sind. Es war eigentlich das Highlight im deutschen Fernsehen. Samstagabend sowieso. Also einer unserer größten Samstagabend-Entertainer in dieser Zeit. Thomas Gottschalk ist genauso mit dieser Sendung gewachsen, wie die Sendung mit ihm. Also fantastisch. Und zu Ehren dieses 40. Jubiläums der Sendung Wetten, dass gibt es nochmal eine Sendung. Nämlich am Samstag. Morgen. Morgen am Samstag um 20.15 Uhr auf ZDF wird natürlich wieder moderiert von Thomas Gottschalk. Es gab im Übrigen, das wollen wir der Vollständigkeit halber auch nicht unter den Tisch fallen lassen, zwischendurch auch noch so Leute wie Wolfgang, keine Ahnung wie er hieß. Also gab es auch noch andere Moderatoren, aber das war dann halt einfach Schrott. Wollte dann keiner sehen. Dann kam Gottschalk wieder zurück und hat dann mit Michelle Hunziker das dann nochmal ein paar Jahre moderiert. Egal. Am Samstag auf jeden Fall auch hier wieder Gottschalk und Hunziker moderieren das Ganze. Es kommen ganz viele Stars, wie unter anderem Björn und Benni von ABBA. Mega-Star Helene Fischer kommt auch. Udo Lindenberg ist da. Das Musical Disney's Eiskönigin erobert momentan Hamburg. Die sind auch da und treten auf. Giovanni Zarella leitet, glaube ich, die Außenwette. Joko und Klaas haben, glaube ich, auch irgendeine Funktion, um irgendeine Wette anzunehmen oder irgendwie sowas. Heino Ferch ist da. Lisa und Lena, das sind die Zwillinge, die durch Instagram und TikTok ganz bekannt wurden. Ja, also eine ganze, ein Riesenfeuerwerk und wie gesagt, ein Zurück in die Kindheit nochmal. Ach, das wird fantastisch. Es wird ein fantastisches Erlebnis. Ich bin am Samstag bei meiner Freundin. Ich denke, ich werde sie dazu bringen, dass wir mit dem das schauen. Einfach mal antesten. Einfach nochmal zurückversetzen in die Kindheit. Ach, das wird doch toll, oder? Also, morgen, 6.11.20.15 Uhr, ZDF einschalten, Thomas Gottschalk schauen. Wird bestimmt ein Megaknaller. 100 pro. Was gab es noch Neues? Attila Hildmann ist in den Medien ganz groß. Ja, Attila Hildmann kennt jeder. Ist Koch, hat vegane Kochbücher geschrieben, ist dadurch Bekanntheitsgrad erlangt, ist bekannt geworden, hat sich dann aber gezeigt, dass es ein rassistisches, fremdenfeindliches, nationalsozialistisches Arschloch ist. Muss man einfach mal so sagen. Noch dazu ist er auch hier noch Querdenker. Ja, also er ist Neonazi, Querdenker, Corona-Leugner, was weiß ich, was alles, also alles, was so scheiße ist in dieser Tage, verkörpert eigentlich Attila Hildmann in einer Person. Hat mittlerweile noch mehr Bekanntheit erlangt durch seine Querdenkerei. Und jetzt ist es soweit, es gibt einen riesengroßen Skandal, auch in der Justiz, Justizskandal in Berlin. Denn Attila Hildmann ist übrigens, also, nee, anders, ich muss anders anfangen. Es ist jetzt bekannt geworden, Attila Hildmann ist auf der Flucht. Er ist in die Türkei ausgereist. Und die Berliner Staatsanwaltschaft hat nämlich Ermittlungen aufgenommen. Und jetzt haben die entdeckt, dass es einen Maulwurf gab in den eigenen Reihen. Also eine Bedienstete der Berliner Staatsanwaltschaft, wie man jetzt weiß, eine aus der IT-Abteilung, hat also mitbekommen, es gibt hier Ermittlungen gegen Attila Hildmann. Und diese Mitarbeiterin war eben eine Bekannte, eine Freundin, eine Zugeneigte von Attila Hildmann. Man war also auch schon auf Querdenker-Demos mit dabei an seiner Seite. Und die hat ihm das dann also gezwitschert, dass jetzt hier also Ermittlungen anstehen. Und dann ist er abgehauen. So, oder aufgrund der Tatsache, dass in einem laufenden Ermittlungsverfahren oder einer Fahndung nach Attila Hildmann er noch die Möglichkeit hat, das Land zu verlassen. Und zwar nicht einfach mal so über die Grenze nach Österreich oder in die Schweiz oder woanders hin, sondern mit dem Flugzeug nach Türkei zu fliegen. Wie geht das, hat man sich gefragt. Jetzt wurde bekannt, dass er wohl schon Ende 2020 in die Türkei geflohen ist, weil er sich wohl schon sowas gedacht hat. Und die Bedienstete der Berliner Staatsanwaltschaft ihm dann also die Info praktisch gegeben hat, als er schon in der Türkei war. Trotzdem hat sie natürlich das Geheimhaltungsabkommen mit ihrem Arbeitgeber verletzt, ist deswegen natürlich fristlos gekündigt, wird sich mit Sicherheit auch strafrechtlich dann jetzt da stellen müssen und wird dafür natürlich auch angeklagt. Zahlreiche Taten werden Attila Hildmann vorgeworfen, darunter zum Beispiel natürlich Volksverhetzung und Widerstand gegen die Vollstreckungsbeamte. Ja, also da ist einiges los. Was jetzt bekannt wurde, es wurden wohl Kontoauszüge oder irgendwelche Finanzunterlagen von ihm geleakt. Da ist, glaube ich, Anonymous, diese Hackergruppe ist da, glaube ich, rangekommen. Oder ihnen wurde zumindest Zugang verschafft. Und daraus geht dann also auch hervor, dass er von wegen so viel Geld hat und durch seine veganen Kochbücher so berühmt geworden ist und unfassbar viel Geld hat, sondern dass er eben hochverschuldet ist und vor allen Dingen eben Steuerschulden hat. Also das ist das Neueste von Attila Hildmann. Jetzt ist er erstmal in der Türkei. Ich hoffe, dass er auf irgendeinem Wege hierher kommt. Und ansonsten sollen die ihn halt in den Knast stecken. Die wissen da schon ein bisschen besser, wie man mit so Leuten umgeht. Und ja, sollen die den doch halt verknacken und da mal so richtig schön die nächsten paar Jahre ihm da eine schöne Zeit bieten. Das wäre doch so mal mein Vorschlag. Da sind wir das Ganze auf jeden Fall los. Ja, wo wir schon bei Corona und Querdenkern sind, müssen wir natürlich auch über Impfungen sprechen. BioNTech-Pfizer hat jetzt beantragt, in den USA den Impfstoff 5- bis 12-Jährigen im Eilverfahren zu genehmigen. Das hat die USA oder das Gesundheitssystem der USA schon genehmigt. Das heißt, dort wird es jetzt in den nächsten Tagen schon losgehen, dass eben auch, ist ja bei uns auch schon, also die 12- bis 15-Jährigen, glaube ich, waren jetzt bislang, die geimpft werden können. Und in den USA werden jetzt also die 5- bis 12-Jährigen jetzt auch schon geimpft werden können. Was natürlich ein großer Fortschritt ist, denn gerade hier haben wir natürlich noch eine große, große Lücke. Und in Deutschland zum Beispiel stehen wir jetzt bei 66,7 Prozent Stand Mittwoch, die vollständig geimpft sind. Da sind natürlich die ganzen Querdenker rausgerechnet, alle die Impfgegner und sowas. Klar, die fehlen hier, aber es fehlen natürlich auch alle Kinder von 0 bis 12 in Deutschland momentan, weil die nicht geimpft werden dürfen. Außerdem gibt es natürlich auch, das habe ich wirklich auch, großes Verständnis für Eltern, die sagen, meine Kind ist in der Altersklasse 12-15, kann also bei jedem Kinderarzt jetzt relativ kurzfristig geimpft werden. Aber ich habe da Angst vor. Das kann ich verstehen. Ich habe das hier im Podcast schon mal thematisiert. Ich bin auch Vater von zwei Kindern, genau in dieser Altersklasse. Wenn ich selbst für mich entscheide, dass ich diesen Impfstoff in meinen Arm gespritzt haben will, dann muss ich mit den Konsequenzen rechnen. Da gibt es aber auch niemand anderes, der da die Entscheidung treffen kann. Das betrifft dann eben nur mich. Und ich kann für meinen Körper selbst entscheiden. In dem Fall entscheide ich als Elternteil, als Vater für meine Kinder, dass die sich impfen lassen sollen. Und das ist natürlich dann eine andere Hausnummer. Und da macht man sich schon eher Gedanken. Aber auch hier habe ich mit meinen Kindern gesprochen. Die wollten das auch. Mein Sohn hatte ein bisschen Angst vor dem Piekser. Meine Tochter auch. Meine Ex-Frau war aber auch der Meinung, dass wir sie impfen lassen sollen. Und so haben wir also alle darüber gesprochen. Und haben es mittlerweile auch gemacht. Haben beide gesagt, mein Gott, ist überhaupt nichts passiert. Ich habe den Piekser gar nicht gemerkt. Also klar, habe ich ja vorher schon angekündigt. Allen Eltern, die da Bedenken haben, kann ich also an dieser Stelle sagen, zumindest bei Bruntek-Pfizer, 0,0 Nebenwirkungen, gar nichts. Den Kindern geht es super gut. Und ich persönlich habe jetzt eben die Genugtuung und das Wissen und bin sehr, sehr beruhigt, dass ich weiß, all meine Liebsten sind jetzt geimpft. Ja, also meine Eltern, meine Schwester, meine ganze Familie und eben auch einschließlich meiner Kinder. Da bin ich sehr froh, dass diese Altersklasse geimpft werden konnte. Und jetzt gibt es eben auch noch da draußen sehr, sehr viele Kinder im Alter von 5 bis 12. Das betrifft unter anderem zum Beispiel jetzt in meiner Familie meinen Neffen. Da weiß ich, dass meine Schwester da also auch ihn impfen lassen würde, wenn diese Impfung jetzt in Deutschland schon wäre. Und von daher hoffe ich natürlich für die Eltern, die darauf hinfiebern, dass es jetzt auch relativ schnell in Deutschland kommt. Was natürlich ganz wichtig ist, die Altersklasse 12 bis 15, ich eben schon angesprochen habe. Die dürfen jetzt schon geimpft werden, aber da liegt es ausschließlich in dieser Altersklasse betrachtet die Impfquote noch sehr, sehr gering. Das heißt, um hier auch unsere insgesamten 66 Prozent noch weiter nach oben zu schrauben. Wir wollen ja die 70 endlich knacken und dann mal auch auf die 75 kommen. Wäre es wichtig, dass die Jugendlichen jetzt impfen gehen, sich impfen lassen. Ja, und wie gesagt, bei all der Skepsis der Eltern ist vollkommen verständlich. Auch die Angst der Kinder kann ich verstehen. Muss man drüber reden. Alles in allem weiß man ja aber mittlerweile auch in dieser Altersklasse der Jugendlichen, dass eben die die Nebenwirkungen dieser Impfung so minimal gering sind. Aber die Gefahr, dass man sich tödlich mit dem Coronavirus ansteckt, ist unfassbar viel höher. Also lasst eure Kinder impfen. Und an dieser Stelle, wer meine hier die Podcast-Folge Spezialfolge mit MissTeached gehört hat, das ist meine Freundin, ihres Zeichens Lehrerin, hat mir da Gruselgeschichten, auch in dieser Folge Gruselgeschichten erzählt, dass ihre jugendlichen Schüler zum Beispiel Jungs glauben, dass ihnen mit der Impfung dann Brüste wachsen. Mädchen haben gesagt, sie haben Angst, sich impfen zu lassen, weil sie ja dann unfruchtbar werden und keine Kinder mehr bekommen können. Leute, hört auf, euren Kindern so eine Scheiße zu erzählen. Echt jetzt mal. Und ich weiß, dass da viel auch die Eltern dahinter steckt. Wenn ihr selbst Bedenken habt, dass dem Kind was passieren kann, wie gesagt, ich habe da Verständnis für, aber hört auf, den Jugendlichen Scheiße zu erzählen. Bitte. Und es ist auch nicht förderlich, wenn ein Fußballprofi von Bayern München aus der Nationalmannschaft seines Zeichens Joshua Kimmich sich hinstellt und eine gequirlte Scheiße erzählt, dass er Langzeitstudien abwarten will. Von was denn? Alle Virologen, alle Ärzte, alle Professoren, alle, die sich mit dem Thema wirklich auskennen, nicht so wie ich, sondern die, die das beruflich seit vielen, vielen Jahren machen, sagen, es ist nicht so, dass du dich heute impfen lässt und in einem Dreivierteljahr tot umfällst wegen der Impfung. Das gibt es nicht. Wenn du Nebenwirkungen hast, hast du die in den nächsten drei, vier Tagen direkt nach der Spritze. Und glaub mir, wir machen das seit zwölf Monaten, lieber Joshua Kimmich. Es wäre sicherlich schon aufgefallen, wenn die da reihenweise wie die Mücken umfallen durch die Impfung. Und dann wäre die Impfkampagne auch schon längst gestoppt. Also hör auf, so einen Bullshit in der Öffentlichkeit zu sprechen. Du verdienst Millionen damit, Fußball zu spielen und bist nun mal eben Vorbild. Du hast eine Vorbildfunktion und vor allem in seinem jungen Alter natürlich gerade auch in der Altersklasse 12 bis 15 und beeinflusst natürlich und bestärkst auch noch mal diejenigen, die sagen, ich will mich nicht impfen lassen, weil ich Angst davor habe. Der Joshua Kimmich macht es ja auch nicht. Hör auf, scheiße zu reden, informiere dich richtig. Du bist ein erwachsener Mann. Meine Güte, es wird ja wohl mal nicht das Problem sein, sich richtig zu informieren, was die Impfung für Nebenwirkungen haben kann und dass es da eben keine Langzeit oder Spätfolgen geben kann durch die Impfung. und alle anderen hören bitte auf, ihren Kindern so eine Scheiße zu erzählen, weil wir brauchen jetzt gerade in dieser Altersklasse der Jugendlichen viel, viel mehr, um den insgesamten Impfstatus oder die Impfquote einfach noch viel mehr nach oben zu treiben. Also ihr merkt schon, ich rede mich in Rage, da könnte ich fuchsig werden. Echt, wenn Leute keine Ahnung haben, aber das Maul groß aufreißen, das geht überhaupt nicht. Es ist mir scheißegal, ob das ein Millionär ist, ob der im Fernsehen ist und ob 80 Prozent der Deutschen eine andere Meinung haben als ich. Es ist mir scheißegal. Es ist meine Meinung, es ist mein Podcast, gebe ich hier bekannt und wem es nicht passt, der soll halt ausschalten. Aber das macht mich echt fuchsig. Ich möchte auch gerne dänische Verhältnisse haben. Ich möchte auch gerne endlich wieder ohne Maske rumlaufen, Leuten auch mal wieder die Hand geben. Ich möchte auch mal wieder einen wildfremden Gustav draußen auf der Straße mal einen Kuss geben, wenn ich das will, beim Gassi gehen mit dem Hund. Ich will auch mal, dass jemand anderes mir zu nahe kommt und die Hundescheiße meines Hundes aufliest, wo man sich mal einen Meter gegenüber steht. Warum nicht? Könnte ich mich aufregen. Sorry, habe ich mich jetzt in Rage geredet, gehört aber auch mal dazu. Wir stecken in der vierten Welle. Ich habe jetzt neulich wieder ein Video gesehen, da wurden Nachrichten gezeigt vom, ich glaube, 24. Oktober letzten Jahres. Und da wurde dann gesagt, ja, mit 14.000 Neuinfektionen in den letzten 24 Stunden haben wir den höchsten Wert seit Corona. Und jetzt ein Jahr später mit 55 Millionen verimpften Impfdosen mit fast 70 Prozent der Geimpften haben wir tagtäglich 24.000 Neuinfektionen. Seid ihr alle doof oder was? Also ich meine, das war jetzt eben nur ein Versuch eines witzigen Beispiels, aber rennt ihr da draußen rum und gebt jedem die Hand? Tragt ihr überhaupt noch einen Mundschutz oder nur noch da, wo es zwinglich in einem Bus zum Beispiel vorgeschrieben ist oder in einem öffentlichen Gebäude? Also wie können sich denn 24.000 Menschen, das sind Städte, das sind ganze Städte, so groß wie meine Stadt, jeden Tag eine ganze Stadt, die sich infiziert. Achtet ihr auf nichts mehr oder was? Könnt ihr vielleicht nicht die Maßnahmen einfach nochmal für euch selbst vielleicht auch ein bisschen einhalten? Hallo, geht's noch? Es ist echt, es ist unfassbar, es wird auch immer schlimmer. Mein Verständnis schrumpft auch immer weiter. Ich habe da echt keinen Bock mehr drauf. Wir sind keinen Schritt weiter, ganz im Gegenteil, es ist noch viel schlimmer als letztes Jahr im Oktober und das will echt schon was heißen und es wird noch viel schlimmer. Die Virologen sagen jetzt schon Dezember, Januar werden ganz, ganz viele Feste in geheimen, hinter verschlossenen Türen gefeiert mit 35 Leuten. Familienfeier, Weihnachten natürlich, klar, brauchen wir nicht drüber reden. Das wird noch viel schlimmer sich verbreiten und neulich hat ein Politiker gesagt, für alle, jetzt mal die sich nicht impfen lassen wollen. Es gibt ja, also ich möchte hier nochmal wirklich Wert drauflegen, dass man mich richtig versteht. Menschen, die nicht geimpft werden können, wie Kinder. Menschen, die nicht geimpft werden dürfen aus gesundheitlichen Gründen, wie ältere Menschen zum Beispiel oder welche mit einer Immunschwäche oder oder. Die meine ich damit gar nicht, sondern ich meine die Rotzlöffel, die sich da draußen hinstellen und sagen, ich lasse mir von der Regierung gar nichts sagen. Ich lasse mir kein Chip einpflanzen. Ich lasse mich nicht impfen, können die doch alle machen was, weil ich lasse mir nichts. Wir sind ein freies Land. Ich lasse mich nicht impfen, nur weil das die Regierung sagt. Ja, du blöder August, bist du eigentlich vollkommen behämmert. Und für diejenigen hat jetzt neulich, ich habe leider den Namen des Politikers vergessen, der gesagt hat, es wird in Zukunft eben andere Regelungen geben. Das wird eben auch anders heißen. Man wird dann in Zukunft eben sagen, geimpft, genesen oder leider verstorben. Das ist das, was euch Ungeimpften eben blüht. Und ihr müsst einfach darüber nachdenken, dass wenn ihr euch nicht impfen lasst, werdet ihr euch zu 100 Prozent anstecken. Es ist vollkommen normal. Das ist Biologie, Physik, wie auch immer man es nennen will, Mathematik. Ja, ihr werdet euch definitiv anstecken. Wenn ihr nicht geimpft seid, dann kriegt ihr halt einen Hals, einen Schlauch in den Hals bis runter zum Arsch. Wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr das gerne machen. Kann auch ein Joshua Kimmich gerne machen, wenn er mit so einem Schlauch im Hals gerne 14 Tage im Krankenhaus liegen möchte. Und wenn ihr die nächsten drei Jahre seine Pizza aus dem Ofen holt und die nicht riechen möchte, dann kann er das ja auch gerne machen. Aber dann soll er in Zukunft auch kein Fußball mehr spielen, weil da steht er nämlich anderen Menschen gegenüber. Und das spielt er ja übrigens auch ohne Mundschutz. Also da gibt es ja Körperkontakt, da ist man sich sehr nah. Sein Trainer, ja, der ist ja jetzt auch gerade betroffen. Und deswegen, ich fordere vom FIFA-Fußball-Weltverband, vom UEFA, vom europäischen Fußballverband und vom DFB, nämlich vom deutschen Fußballverband und von allen Vereinen, wenn da noch Spieler sind, die nicht geimpft sind, raus aus dem Spielbetrieb. Sollen sie zu Hause Sky gucken. Aber sollen aufhören, die Leute da anzustecken. Und es hat, es kann tödliche Folge haben. Nur, dass das nochmal klar ist. So, jetzt beenden wir das Ganze aber. Wir müssen jetzt mal ein bisschen Fahrt aufnehmen. Ich muss nämlich heute noch mal ein YouTube-Video drehen. Also da haben wir noch mal ganz kurz zur Erklärung, wer sich dafür interessieren sollte. Es haben jetzt leider mein letztes Video vom letzten Sonntag. Trotz acht Stunden Arbeit ist nicht so viele Leute geschaut. Ist aber ja auch verständlich. Ist ja auch monatelang nichts passiert. Da sind ja auch Leute, die hören meinen Podcast. Ich schaue nicht auf meinen Twitter-Kanal, sondern die kriegen dann irgendwann eine Mitteilung. Achtung, der Bergmann hat wieder ein Video gemacht. Und deswegen war klar, dass das jetzt nicht so den Andrang findet. Würde mich natürlich freuen, wenn noch ein paar mehr, wenn ihr es vielleicht noch nicht gesehen habt, einfach nochmal draufschauen und mein letztes Video anschauen. Jetzt ist es in dieser Woche so, morgen ist für mich Donnerstag. Da habe ich einen Workshop auf der Arbeit um fünf. Das heißt, ich muss länger arbeiten. Es wird bis sechs Uhr, halb sieben, sieben irgendwie gehen. Da muss ich mich um meinen Hund kümmern. Und dann muss ich auch schon einen Koffer packen, denn am Freitag nach der Arbeit um 13 Uhr fahre ich zu meiner Freundin. Und da habe ich jetzt keine Zeit mehr, noch großartig acht Stunden Video zu schneiden. Wann? Ich muss ja auch erst mal was drehen. Deswegen wird es am kommenden Sonntag um acht Uhr ein Video geben, aber ein etwas kürzeres wahrscheinlich. Es wird keine legendären B-Roll Aufnahmen geben und keine großen Drohnenflugaufnahmen und sowas. Aber ich werde mir ein Thema überlegen, werde mich hinsetzen und werde ein Video machen auf jeden Fall. Das werde ich auch noch schneiden. Aber ich muss es halt eben heute drehen und spätestens morgen schneiden, damit das alles dann bis Sonntag eben noch drin ist. Deswegen muss ich ein kleines bisschen Dampf machen. Und ja, auch wenn wir vorhin schon groß und breit drüber gesprochen haben, es ist jetzt Zeit für ein kleines bisschen Merchandise. Quasselschacht Werbung. Ihr kennt das sicherlich. Mir geht das ständig so. Ich muss immer überlegen, was möchte ich denn die ganze nächste Woche alles essen. Und dann muss ich am Wochenende in Kochbüchern, Blättern, Rezepte heraussuchen, muss mir die ganzen Zutaten auf eine Liste schreiben. Dann gehe ich montags abends einkaufen und kaufe zwei Salatgurken, vier Paprika, eine ganze Kiste Eier, Salat, was man da alles so braucht. Und ja, schon am nächsten Tag geht es mir eigentlich so, dass ich viel zu lang gearbeitet habe, komme nach Hause, habe keine Lust mehr eineinhalb Stunden noch zu kochen. Und ja, am Mittwoch werde ich dann irgendwie abgelenkt oder habe irgendwelche Termine, bin gar nicht zu Hause. Donnerstag habe ich dann auch irgendwie keinen Bock zu kochen. Ja, und schwuppdiwupp ist eineinhalb Wochen rum und ich kann meine ganzen Salatgurken, Paprika, alles, was ich gekauft habe, kann ich alles in Mülleimer schmeißen, weil es verschimmelt ist. Und dafür gibt es jetzt eine perfekte Lösung, nämlich HelloFresh. Da könnt ihr nämlich einfach vorher entscheiden, wie groß ist mein Haushalt, zweiköpfig, dreiköpfige Familie, bis zu fünfköpfige Familien, wählt ihr aus, sagt, wie viele Boxen ihr pro Woche wollt, also entweder jeden Tag, sprich fünf oder siebenmal oder auch nur dreimal, weil ihr sagt, die anderen beiden Tage esse ich in der Kantine und dann bekommt ihr am Wunschtag euer vorher ausgewähltes Gericht in einer HelloFresh-Box. Ja, absolut frische Zutaten, da ist alles portioniert genau so drin, wie ihr das braucht, habt euch also den Gang zum Einkaufen gespart, ihr habt jede Menge Müll gespart und ihr müsst das Haus nicht verlassen, ihr bekommt es nämlich direkt bis an die Haustür geliefert und dann könnt ihr euer Gericht in Windeseile zusammenstellen oder kochen, ja, das geht dann ganz schnell und noch dazu ist es sehr, sehr gesund. Also die perfekte Lösung für alle, die keine Zeit oder auch keine Lust haben, ständig zu kochen und für Quasselschacht-Zuhörer gibt es ein einmaliges Spitzenangebot, ihr erhaltet nämlich 60 Euro auf die ersten vier Boxen, ja, die spart ihr euch komplett, das heißt auf eure erste bestellte Box spart ihr 25 Euro, bei der zweiten Box 15 Euro und bei der dritten und vierten Box jeweils 10 Euro und wenn ihr die einlösen wollt und diese 60 Euro sparen wollt für die ersten vier HelloFresh-Boxen, dann schaut bitte in den Shownotes, da ist ein Link und da könnt ihr draufklicken, könnt euch anmelden und könnt das Ganze mal ausprobieren, ihr könnt natürlich, wenn ihr sagt, ich möchte dreimal pro Woche so eine Box und jetzt seid ihr mal zwei Wochen auf den Malediven, dann könnt ihr das natürlich unterbrechen, pausieren oder sonst was, entstehen auch gar keine Kosten und generell, auch wenn die 60 Euro Rabatt, die ihr jetzt als Quasselschacht-Zuhörer geschenkt bekommen habt, selbst wenn die dann nach der vierten Box aufgebraucht sind, ist es trotzdem so, dass ihr für eine zweiköpfige Familie, ich sag mal, sechs bis sieben Euro pro Gericht, pro Kopf bezahlt und ganz ehrlich, da braucht man nicht essen gehen, da braucht man nicht stundenlang einkaufen gehen, also das ist wirklich ein super sparsames Angebot auch und wie gesagt, eine ganze Menge Müll gespart, 100% Klimaneutralität verspricht HelloFresh, probiert es bitte aus, es ist wirklich eine tolle Sache, es schmeckt super lecker und ist noch dazu sehr, sehr gesund und wenn ihr auf den Link unten in den Shownotes klickt, da sind übrigens auch noch mal alle anderen Werbeangebote drin, die ich in den letzten Sendungen präsentiert habe. Werbung Ende. Ja, das klingt natürlich super und wo wir jetzt schon mal dabei sind bei super, starten wir auch gleich in die nächste und damit auch in die letzte Rubrik. Quasselschacht Netflix-Tipp. Ja, wie am Anfang der Sendung schon gesagt, es ist eigentlich gar kein Netflix-Tipp, sondern in diesem Fall ist es heute ausnahmsweise mal ein Amazon Prime-Tipp. Da laufen ja auch Serien, in dem Fall mal ein ganz kleines bisschen Werbung. Wenn ihr auf den Link unten auf den Werbe-Link klickt, da könnt ihr auch eine kostenlose Probe-Mitgliedschaft über Prime abschließen. Da ist das dann auch schon mit drin. Wer jetzt sich rein nur auf die Serien fokussieren möchte und auf die ganzen Filme, die es gibt, da gibt es auch noch mal Prime-Video. Das kann man noch mal extra machen. Das ist auch günstiger als Prime, glaube ich. Da hat man dann alle Filme und alle Serien. Auch das findet ihr in diesem Link. Die heutige Sendung, die ich euch vorstellen möchte, ist tatsächlich schon fünf Jahre alt, wurde 2016 erstmals ausgestrahlt und heißt Koppers. Ja, ich habe ja jetzt neulich schon erzählt von Dreydeen Geboden, von 13 Gebote. Das war eine tolle belgische Serie, eine Krimiserie, die mich wirklich gefesselt hat. Damals war es aber so, da ging ein Fall über 13 Folgen. Hier bei Koppers ist es ein bisschen anders. Hier wird in jeder Folge, es sind auch zufällig auch 13 Folgen, da wird in jeder Folge ein Fall behandelt. Das heißt, es kommt auch relativ schnell zu Ermittlungsergebnissen und man hat dann relativ schnell auch den Täter gefasst oder die Täterin oder wie auch immer. Und es gibt trotzdem über die gesamten 13 Folgen der der ersten und bislang einzigen Staffel gibt es natürlich auch eine fortführende Geschichte. So, es geht also um, wie gesagt, eine belgische Krimiserie. Da gibt es die Hauptkommissarin Lise Mehrhut und sie hat ein vierköpfiges Ermittlerteam, sind also noch drei andere dabei, die praktisch so mit die Hauptrolle spielen, die dann eben in jeder Folge, wie schon gesagt, einen Fall behandeln. Ist toll gemacht, also wirklich auch schauspielerisch sehr gut und was ich ja an der Stelle immer wieder sage, auch gerade wenn ich skandinavische, dänische, schwedische oder norwegische Serien schaue, dass man die Schauspieler noch nicht so kennt. Das imponiert mir immer so ein bisschen. Auch hier ist es mir so ergangen. Ich bin so ein bisschen auf der belgischen Krimireihe hängen geblieben, habe Koppers gefunden, habe es eingeschaltet, bin mega zufrieden. Ich finde es schade, dass es nur eine Staffel gibt. Wie gesagt, ist schon fünf Jahre alt, also wenn da die Ambitionen gewesen wären, dann hätte es sicherlich schon eine zweite gegeben, aber scheinbar hat man es dabei belassen. Jede der 13 Folgen geht ungefähr 45 bis 55 Minuten und was man noch zusätzlich vielleicht erwähnen kann, dass diese Hauptkommissarin Lise Mehrhut, also auch persönlich, spielt einen sehr kalten Charakter, sehr distanziert, etwas menschenscheu, hat also auch ein Haus im Wald, ganz abgeschieden und es zieht sich eben über alle Folgen hinweg. Ich bin jetzt, glaube ich, erst bei Folge 7. Über sämtliche Folgen hinweg zieht sich dann noch so eine Hintergrundstory. Das muss also irgendwas aus ihrer Vergangenheit sein. Da sieht man immer schreckliche Bilder, wie ein Kind an einer Schaukel aufgehängt wurde oder sich aufgehängt hat. Ich kenne die genaue Geschichte nicht, aber das scheint sie aus einem älteren Fall immer noch zu bewegen und sie bekommt halt ab und an in jeder einzelnen Folge immer E-Mails mit dem Foto dieses toten Kindes aus der Vergangenheit und irgendwelche Aufforderungen mit irgendwelchen Sachen, die sie machen soll. Noch dazu ist Lise Mehrhut auch auch so, dass sie ab und an mal auch so ein bisschen über die Grenzen des Legitimen und des ja vielleicht auch Zulässigen hinausgeht in ihrer Ermittlungs- oder Polizeiarbeit und da auch ab und an mal, wie gesagt, ein paar Grenzen übertritt. Also ich möchte sonst nicht viel mehr verraten. Ich kann es nur sehr, sehr empfehlen. Ich bin da wirklich richtig schön tief eingetaucht. Das ist genau das, was ich gesucht habe. Koppers heißt die Sendung ist auf Amazon Prime zu sehen oder eben auf Prime Video, je nachdem. Und damit sind wir am Ende angekommen. Das war mein heutiger Serientipp. Ich hoffe, dass in der nächsten Woche dann wieder was Neues für euch habe. Zum Ende würde ich euch einfach noch mal bitten, wie ich es schon mehrfach erwähnt habe, schaut mal diese tausend Links an, die heute in den Shownotes stehen. Und vor allen Dingen habe ich meine, ich habe ja erwähnt, dass ich Amazon Partner bin und dort also Empfehlungen herausgebe. Und in diesem Empfehlungsshop habe ich jetzt alles umstrukturiert, neu gemacht, ganz, ganz viele neue Produkte reingefügt und habe neun verschiedene Kategorien erstellt. Da könnt ihr einfach mal rein stöbern. Würde mich sehr freuen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen fantastischen Tag, Abend, Nacht, was auch immer oder wann auch immer ihr diese Folge hört. Ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche. Und ja, wir hören uns hier an dieser Stelle nächsten Freitag wieder ab Mitternacht. Und da haben wir dann auch den 11.11 schon hinter uns gebracht. Jetzt ist aber hier an dieser Stelle wirklich erstmal Schicht im Schacht.